4 Fuß 2 2 Drittel 2 Fuß 1 1 Drittel 1 Fuß 2 Drittel 1 Halb 1 Drittel 1 Viertel 4 Fuß 2 2 Drittel 2 Fuß 1 1 Drittel 1 Fuß 2 Drittel 1 Halb 1 Drittel 1 Viertel Wenn man zum Beispiel bei einer Mixtur herausfinden will, was hier für Töne sind, hier oben dann gucken, was es da unten zum Beispiel hat, wenn ich das jetzt hier drücke, dann gucke ich, aha, hat es eine Terz? Nein, aha, es hat Quinte. Wie viele Reihen hat es? Hat es oder hat es nur eine Quinte oder hat es das noch dazu? Und dann kann man überlegen, aha, wenn es das dazu hat, dann hat es 2 2 Drittel 2 und so weiter. 2 Drittel Vielen Dank.